so da sind wir und wir zocken heute mal was ganz cooles nämlich den grassimulator offiziell genannt den weed farmer simulator und ja das spiel kam 2020 kam es raus ich habe es jetzt neulich entdeckt wir haben jetzt 2022 ja dann bin ich mal gespannt es ist soweit wir zocken den grassimulator ich kenne das spiel gar nicht ich weiß gar nicht was uns erwartet ich habe es noch gar nicht gestartet und ich sag mal wir machen mal direkt ein new game in den grassimulator so new game wir sollen ein name für die welt für unsere welt wie heißen wir wir heißen hatte mal mario anna genau mario anna so dann gibt es ein game mode sandbox und simulation da wird es kurz beschrieben sandbox die pflanzen wachsen schneller brauchen weniger wasser und auch weniger sonnenlicht ja und die simulation da go a bit like more real life okay okay die wachsen also schnell wie halt im echten leben brauchen genauso viel wasser und sonnenlicht blablabla okay wir nehmen natürlich die simulation wir wollen das richtig simulieren ja da bin ich mal gespannt ne great what yes welcome to you oh da mit dem auto unterwegs das ist unsere karre schnell reingeparkt voll crazy geparkt so willkommen to a new farm let's get started first of all you need to find a place container okay irgendwo soll man jetzt einen platz hier finden für der teil hier you can move it anywhere you like and click to place it okay irgendwo da wo ich will meint er dann sage ich mal machen wir das direkt neben dem schild so wunderbar ne so great you can took a look inside okay but first you plant something press tab to open your inventory okay ah das ist unser inventor ja was haben wir denn hier eine axt haben wir ne das sollen wir jetzt hier drauf tun weiter get some sticks and branches from trees okay jetzt haben wir dann auch eine gießkanne und eine schere nehmen wir alles mit hier ne hier haben wir schon Samen ne Indikasamen keine Ahnung ich nehme das erstmal mit hier alles ja wir gucken erstmal wir machen erstmal das was er will ne das ist ja so ein Tutorial da können wir mal auch reingehen aha guck mal hier was wir schönes gebaut haben das ist quasi unser Container das ist quasi unser Container okay aber wir können schlafen es gibt ja Tag und Nacht wechsel sehr geil okay get some sticks 完szybs ok warte mal soll ich jetzt hier ein paar Sticks nehmen blubblubblubblbblblubblubbl sebD jetzt haben wir ein paar Sticks genommen ne drag a Planter Stick two hotbar from your Adventure play some sticks in square and make play ok soll jetzt so ein Teil hier da drauf. Ah, okay. Sollen wir das jetzt irgendwo hier platzieren, ne? Machen wir hier so. Kann ich sagen. Jetzt noch einen zweiten. Ach, das geht nur bis da. Einen zweiten. Jetzt noch mal. Ja, hier. Okay, das ist dieser Radius. Warte. Machen wir das so ungefähr. Pima Auge. So, great. In Vitoria will you need to buy seeds to plant. Okay, but have a few of us checking the territory to drag your seeds in the hotbar. Okay. In Zukunft weiter müssen wir für den Samen bezahlen. Aber wir haben jetzt schon ein paar diese zehn Stücke hier. Und zwar haben wir die hier auf die vier haben wir die. Ach, das sind sie. Okay, jetzt soll ich die hier so einpflanzen. und zack. Und zack. Ich mach das jetzt irgendwie so halten, ne? Ich muss jetzt alle einpflanzen. Vier. Ich muss jetzt mal ein bisschen Platz, ne? Ich muss jetzt mal ein, ne? Okay. Ich muss jetzt mal ein paar Worte. I put in here. Okay. Und hier. Ich muss jetzt mal ein paar Gießkornen. mit Wasser irgendwie füllen. Die Gießkanne haben wir hier. Da ist Wasser, ne? Unendlich Wasser. Ich drücke hier alles jetzt, aber... Jetzt kann die so... Echt, Tatsache, was? Das geht so, ne? Man muss die einfach nur drunter halten. Alles klar. Okay. Dann nehmen wir mal das Wasser. Ach, da siehst du auch die Anzeige, ne? Ja, 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 ja. Okay. Warte, dann gießen wir die erstmal. Ja, Gras-Simulator. Wir brauchen gut Wasser. Guck mal, die Balken, der blaue Balken, ne? Wir brauchen aber viel Wasser. Uh, nochmal voll machen. Und... Weiter geht's. Ich hab mir ja noch gar nicht Wasser abgekriegt hier in der Ecke, ne? Lalalalalala... Lalalala... Genau, schön die Pflanzen... ...bewässern. So, jetzt haben die auch... Der Balken ist auch voll. Die haben jetzt alle... ...und ich kann mir das jetzt ernten. Mit der Schere, ne? So wird das angezeigt. Die brauchen Sonnenlicht oben. Ähm... Grüne Balken ist, wenn die dann fertig sind. Und die sind jetzt alle schon fertig. Die können wir abernten. Äh... Dann machen wir das hier mal mit der Schere, ne? Tatsache! Zack! Indicabat ended in the new inventory. Da haben wir schon unser erstes Gras. Schon fertig. In der Tüte. Oh. Daneben. Das ist auch gut. Warte, die nehme ich auch noch mit. Zack, zack. Das ist ja mal ein Job hier, ne? Das ist ja mal ein Job. Sehr gut. Zack, zack, zack. Add your inventory. Add your inventory. A part to go out. Read your inventory. You can sell it. Oh, you can roll and join from it. Right now. Let's sell it. Go to the laptop. Container and press E. A part to go out. Boah, das ist ja mal 70 Tüten, ne? 70 Tüten Gras haben wir jetzt. Ha! Tö, 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 tö. So, da meinte ich jetzt irgendwas mit dem Laptop hier. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, das ist unser Farmer Store. Hier kann man das kaufen, ne? Seeds. Okay. Oh, was? Echt? Können wir so Traktoren und so eine riesen Farbe machen? Uh. Plenter. Oh, war ja. Okay. Hier können wir Tabak holen. Blättchen. Smoking Blättchen. Und hier. Dünner ist das, ne? Okay. Dekoration. So eine Flagge. Ah, da kann man das vielleicht immer so extra Felder machen von den einzelnen Sorten. Und dann immer so eine Flagge drauf, ne? Und dann gibt es auch so eine Pharao-Statue. Okay. Wir haben jetzt 10.000. Was ist das denn alles hier, ey? Elektrik. Oh, war ja, ey. So, Cell. Das können wir jetzt hier verticken. Jetzt können wir das mal alles verticken. Wie, nur 70 Dollar? Was ist das denn? 70 plus 10. Hä? Warte mal. Wieso kriegen wir denn nur so wenig dafür? Achso, der hat nur einen 10er. Komm, wir verkaufen das jetzt mal. Jetzt haben wir 70 Dollar für gekriegt. Kanzel? Äh. So, Seeds, ne? Wir haben jetzt diesen Standard. Da können wir einen holen. Dann würde ich noch so ein zweites Fell machen mit Dipchill. Würde ich mal. Okay, jetzt haben wir noch 5, ne? Aber was war denn eben die 10.000? Okay, dann haben wir noch 5 Dollar. Okay. Also so funktioniert das, ne? So, jetzt lege ich das hier. Unser Standard. Äh. Mal 1, äh. 2. 2. 1, 2, 2, 3, 4. Waren das noch 5 Samen? Wieso geben die nur so wenig Geld? Oder ist das jetzt diese Marke, gibt dann mehr Geld, ne? So, wir haben ja noch Sticks und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach noch so ein Feld, ne? Dann einfach so mal direkt daneben. Ja, so ungefähr muss er jetzt nicht super, super gerade sein. So. Dann machen wir das so. Ha! Da ist schon unser zweites Feld. Okay, ihr braucht gleich Wasser. Ich kümmere mich gleich um Wasser. Jetzt müssen wir die andere Grasorte, dieses Dieb. Chill. Okay. Guck mal, der sieht ganz anders aus, ne? Der sieht so richtig satt grün aus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mehr haben wir ja nicht, ne? Stimmt, genau. Jetzt müssen wir die gießen. Wasser her. Bring uns mal das Wasser, bitte. So. So, jetzt schön gießen. Und die sollen schön wachsen und gedeihen. So. Eine Kanne. Der braucht noch ein bisschen in der Ecke. Mach die Kanne voll. Mach die Kanne voll. So. Und jetzt, äh, ach da, der eine wollte noch, ne? So, jetzt hat der. Und jetzt kriegen die auch alle hier. Volle Karacho. Jetzt keine Sonne momentan, ne? Wachsen die auch nicht. So, wir brauchen noch mehr Wasser. Ja, das ist unser, unser Start, ne? Der Anfang halt, ne? Dann kann man mal vielleicht so riesen Farmen, Plantagen. So, schön gießen. Der hat jetzt auch genug. Die haben auch alle genug. Oh, die brauchen wieder Wasser. Wir brauchen aber einiges an Wasser, ne? Okay. Tja, es wird langsam Nacht. Und, äh, ja, nachts wächst ja gar nichts, ne? Deswegen brauchen wir bestimmt dieses Elektroteil da. So, Solaranlage. Damit die in der Nacht auch weiter... Hm, hm. Ich denke mal, wir gehen schlafen. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Sieht ja schon cool aus, ne? Bei Nacht. Können wir auch irgendwann mal so ein Spaziergang machen. Gucken, wie weit die Map geht. Es ist alles schon dunkel, ja? Ihr habt jetzt alles schon Wasser. Du brauchst schon wieder Wasser. Äh, warte. Boah, es ist jetzt dunkel geworden, ne? Man sieht jetzt hier kaum was. Deswegen gieße ich dir jetzt noch die Pflanze. Die letzte. Und dann geht mal schlafen, ne? So. So. Kriegst du noch ein bisschen. Und. Er braucht auch noch Wasser. Ja, die ganze Kanne wieder. Ja, hier soffen. Okay. So. Mit dieser wunderschönen Aussicht sage ich, wir machen ja eine gute Pause. Und gleich geht es direkt weiter. Ich sage danke und bis zum... Äh, bis gleich. Ne, bis zum nächsten Mal. Ciao.